Musik Die entsprechende zwischen Klang und inneres Leben des Menschen macht Musik. Das ist Musik. Es gibt keine Definition für Musik. Musik kann nicht gemacht werden nach Verträgen. Musik muss auch ohne Geld gemacht werden. Aber wir müssen trotzdem gut leben. Musik 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 Das ist doch Kinder. Musik 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 Und es ist noch was anderes, was so ganz undefinierbar bleibt. Sie können auch nicht anders, als es geschehen lassen. Sie lassen es entstehen. Man tut selbst nichts. Man sieht so aber, dass nichts dazwischen kommt, was diese Entstehung, diese wunderbare Entstehung irgendwie hindern konnte. Musik Also man ist unglaublich aktiv und in der gleichen Zeit unglaublich passiv. Man will nichts, man lässt es entstehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020